Jetzt kommt Wasser. Jetzt kommt Wasser. Aber es war auch noch nicht tief. Ich möchte es noch nicht unter Wasser. Nein, soll es nicht? Nein. Was weg? Ich bin froh, dass es knackt und es von der Guckung weggeht. Dass es besser ist, ja. Es steht mir so viel Wasser. Da steht es. Ja. Das ist ja auch. Es war ja auch tiefer. Ich bin ja so lange wie ich durchkomme mit Serienauto. Dann ist es noch nicht tief genug. Soll ich rückwärts oder vorwärts? Am besten wäre rückwärts ranfahren. Oder vorwärts mit der Seilbinde rausziehen. Oh, der Motor geht. Ja, dann reg ich gut. Dann kannst du dich auch irgendwie so schräg hinstellen, Dominik. Dann kannst du vielleicht eventuell dein Auto hinten am Baum festmachen mit dem Seil. Ja. Oh, was ist locker. Was sieht da jetzt irgendwas? Nö. Was ist locker. Oh, Benni, mach hin! Das ist gleich voll hier drinnen! Was? Das ist gleich voll hier drinnen! Das ist gleich voll hier drinnen! Da löft nicht mehr ab! Oh, Benni! Alles nass! Alles nass! Guck mal deinen Fahrerraum an! 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 Meine Füße hoch! Dominik! Dominik! Dominik, Dominik! Das Video läuft, ja? Dein Popo ist drauf! Oh Mann, ey! Meine Hand! Denk mal, Jule! Denk mal nach rechts! Weiter, 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 weiter! Weiter! Gut? Gut! Komm! Schau mal wieder ein Stück zurück mit dem Lenkrad. Ein Stück, ein Stück, ein Stück, ein Stück. Weiter, 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 weiter. Und jetzt? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Das ist der Beifahrer, der Fahrer. Ja, so ist das hier. Das ist die Zukunft. Definitiv. Der Beifahrer, der Fahrer. Nee! Wo soll ich denn hin? Ich will mich hoch. Wo soll ich denn hin? Ach? Ja. Jetzt bitte mal. Untertitelung des ZDF, 2020